meine lieben freunde ich hoffe ihr habt alle gut geschlafen heute ist ein neuer tag und heute mache ich mal eine aufnahme mit meinem handy habe wie heißt es eine halterung hier gebaut zusammen gemodelt wie man auch nimmt die man wie heißt es an mein stativ anbringen kann um ein sauberes und schönes video zu machen mal sehen ob das klappt also euer don rossi camillo mal sehen ob ich dann davon euch eine aufnahme machen kann wie das ganze gestell aussieht also es ist schön und ich glaube es funktioniert also es ist besser als meine camera so ein handy am besten ist natürlich eine video kamera zu nehmen eine gute sage ich mal 4k video kamera kann man am besten wie gesagt mit weitwinkel oder mit nahaufnahmen winkel mikro makro linse wie heißt es ein video hier zu machen weil mein keller ist nicht so groß und der abstand ist nur zwei drei meter also ich müsste hier noch ein bisschen leer räumen da müsste ich irgendwo das zeug hinstellen damit ich für euch schöne aufnahmen machen könnte also wie gesagt das war erst mal für heute einen neuen gruß von mir euer don rossi camillone tschüss hallo meine lieben hobbymaler und hobby drohnenflieger ich hoffe ihr hattet gestern einen schönen tag heute will ich mal versuchen ob ich das hinkriege mich selber zu klonen das heißt ich bleibe jetzt hier stehen und mache eine aufnahme mit einem stativ sowie in der anleitung beschrieben und dann mache ich noch mal eine selbe aufnahme von der selben position also wie gesagt leider habe ich keinen der mich jetzt aufnimmt das wäre natürlich besser also ein kameramann zum beispiel und ich der schauspieler und natürlich producer dann könnte ich natürlich viel mehr machen aber das ganze soll ja nur ein test sein erst mal ob das alles so funktioniert wie ich mir das gedacht habe aber ich glaube schon das kriegen wir hin euer don rossi camillone also wie gesagt bis auf weiteres einen schönen gruß an euch tschüss hallo guten morgen hallo 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 meine kamera die wippt ein bisschen hin und her weil das ganze instabil ist das heißt das ist so ein flexibler arm worauf ich meine kamera befestigt habe da muss man das sehen wie das am besten funktioniert also wie gesagt ich zeige euch dann mal irgendwo wenn ich ein zweites oder drittes handy habe wo ich selber eine aufnahme noch in der gegenrichtung machen kann während ich mich selber aufnehmen das ist ja alles nicht so einfach mit dem handy und dann noch alleine aber das soll ja alles nur ein bisschen test sein damit ich euch ein paar schöne videos machen kann ich will ja irgendwo mal hier so in die ferne fliegen so hawaii oder so ne new york oder nach brasilien das ist jetzt alles möglich ne brauche ich gar nicht meinen keller zu verlassen nehm ich einfach auf und dann setze ich mich einfach in so ein film da rein ne könnte ich auch bei king kong mitmachen ne oder james bond ne alles ist möglich mit green screen ne also wie gesagt wollen das mal ganze testen heute ne mal sehen wie das funktioniert ob ich mich klonen kann oder ob ich mich in einen film richtig rein produzieren kann leider ist der keller wie gesagt zu klein müsste jetzt eine vollaufnahme von mir machen können ne damit ich wie heißt es irgendwo als ganz körper in einen film so action handlung karate oder so mitmachen könnte ne das wäre natürlich am besten ne also wie gesagt einen schönen tag wünsche ich euch jetzt mal hier tschüss mal rein ice mit Untertitelung des ZDF, 2020